Das Studium wird mir eigentlich noch von meinen Eltern bezahlt. Ich arbeite etwa 20% im Adventure-Raum. Ich werde vor allem durch meine Eltern unterstützt. Bei mir ist es so, dass eigentlich meine Eltern mir das Studium finanzieren. Genau, auch die Studiengebühren, die im Semester anfallen, die Zahlen sind mir. Aktuell noch mit dem Geld, das ich im letzten Zwischenjahr verdient habe, im Zivildienst. Mit einem Kollegen brauen wir Bier und machen das als Business. Viele Polterabente, Geburnefest oder sonstige Gruppen einführen, einsperren, beobachten. Ich arbeite auch nebenbei bei Careness. Das ist so ein Sitzwachen. Ich schaue auf Patienten, die eher älter sind. Und ich schaue, dass sie nicht aufstehen oder dass sie nicht die Kabel rausziehen. Ich arbeite im Fussballstadion an der Kasse. Es gefällt mir sehr, neben dem Studium noch einen Einblick in die Arbeitswelt zu haben. Und dann gebe ich noch in einem Kind Nachhilfe, genau in Mathe und Deutsch. Wurst und Bierverkauf an den Eivenmatch. Ja, also das, was ich bis jetzt hatte, ist eigentlich Vitamin B gewesen. Oder eben mit dem Bierbrauen halt wirklich selber. Bei dem im Fussballstadion hat meine Pusine, die auch dort gearbeitet hat, gefragt. Also sie hat gewusst, dass ich beginnt zu studieren. Und dass ich vielleicht noch ein bisschen Sackgeld dazu verdienen könnte. Und sie hat gesagt, komm, dich doch dort bewerben. Über das Studium. Ja. Die würden das so einem so bei einem Tabler präsentieren. Also da kommt eigentlich jeder zu zu, wenn er das will. Verschillung. Also Zivildienst ist meistens einfach beworben. Das ist unterschiedlich auch durch das, durch Bekannte. Also ich habe auch auf der SUB-Webseite geschaut. Von dort habe ich auch schon Sachen gefunden. Aber die, die ich jetzt habe, sind eigentlich mehr durch Kollegen entstanden, also wie weitergeleitet wurden, genau im Freundschaftskreis.